Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, beginnen wir gleich mal mit dem Ernst des Lebens, nämlich dem Bau unseres Lagers, das wir jetzt letztes Mal schon angefangen hatten zu planen. Und zwar versuchen wir mal was anderes. Erstmal will ich versuchen. Das ist jetzt nur testweise. Äh, Daten? Nee. Okay, versuchen wir... Ich versuche mal kurz hier. Kann ich? Hier? Ja, könnte ich theoretisch. Okay. Das hilft schon mal ein bisschen. Okay. Also ja, ich überlege gerade. Ich habe nämlich vor, hier sowas zu machen. So, das wäre die Hälfte hier. Okay. So, ich könnte hier dann jeweils zwei Stockpiles in die Ecken setzen. Und bitte, ich oportunise... Also, ich bin bitte zum Beispiel komplexer. Okay. Okay. ... Wobei doch, lassen wir das so. Äh, erstmal ziehen wir hier fertig. So. Und dann hier genauso in die Ecken. Wobei, hier nicht den Boden weg machen, sondern upsala. Damit es besser aussieht, gibt es hier einen Steg so durch. So, und das. Hier platzieren wir auch Stockpiles. Okay, die sind noch ein bisschen beschäftigt. Hm. Na komm, machen wir es vier hoch. So, dann können wir theoretisch das hier so machen. So, dann können wir das hier so machen. So müssen wir das machen. Und ja, die Lager machen wir erstmal weg. Bis wir den Rest gebaut haben. Noch scheinen sie ja Steine da oben hinzubringen. Oh, so viel dazu. Hey, und da ist jetzt das Problemchen. Ich muss das gerade verkehrt herum bauen. Was aber auch nicht schlimm ist. Haben ja ein bisschen Zeit noch. Oder auch nicht. Sie tragen die Steine zurück. Warum? Oh, ey. Okay, da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Hm. Speichern wir das erstmal so und dann gucken wir an dem Bauauftrag hier bitte. Können wir leider kein Scuffholding oder so installieren. Hm? Hm. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ja, wie machen wir das? Das ist jetzt eine gute Frage, wie machen wir das am besten? Das kann ich da leider nicht installieren. Ja, wie machen wir das? 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 Das ist ein X-Ray. Okay. Ich könnte hier... Eine Stufe hin montieren und die nachher wieder abreißen, so wie ich die Treppe abreißen muss außen. Dann würden sie auf das Fenster kommen. Müssen erst mal den Stein hier setzen. Ja. So, ich hoffe, dass das klappt. Machen wir das X-Ray erstmal wieder aus. Jetzt kümmern wir uns um das hier. Ich könnte das fast noch hinten da vielleicht. Indem ich hier die Säulen nehme. Weil ich will in das Lager keine Türen einbauen, also so dieses bisschen... Schicker machen. Also ja, und außerdem... Am besten solche Parabets. Jetzt. 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 So. Jetzt. 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 Das will ich nicht. Will das so haben, bitte? Die Richtung, bitte. Die Seite habe ich total vernachlässigt. So, und jetzt noch die da rein. Äh, habe ich jetzt überall? Nein, das ist, wenn man einen Schritt weiter denkt, als man denken sollte. So, dann bitte hier fertig machen. So, dann geht's. So, dann geht's. So, dann geht's. Hm. Wenn ich das so mache, kann ich dann überhaupt? Ja, kann ich. Die hier brauche ich auch. Und die hier brauche ich auch noch. So. Ja. So, dann geht's. So, dann kann ich euch alle mal hier rüberschicken. Damit ist der Bildauftrag hier erstmal weg. Außer dich vielleicht. Gib mir mal X-Ray. Du kannst das wegholzen. So. Und jetzt kannst du bauen gehen. Weil das brauchen wir nicht mehr. Wir kommen ja über das Ding aufs Dach. Und wir haben unseren Altar fertig. So. Lass uns nochmal einen Blick werfen. Was soll das Stockpiles dort akzeptieren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ja, Bomben kommen dann hier in ein Lager. So. Das platzieren wir hier in der Ecke. So. Machen X-Ray mal wieder aus. Lassen Sie jetzt erstmal früh die Schaften. Hier ist noch ein bisschen was zu holen. Naja, unser Stein Stockpile hier ist jetzt relativ voll. Gut, wir sollten die nächste... Das nächste Stückchen Wald in Angriff nehmen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 13, 11, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 22, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 19. Vielen Dank.